Hallo und Willkommen zurück bei BlockStorm. Immer noch mit dem German Dave. Ja. Und ja, wir spielen Team Deathmatch und zwar eine 40 Minuten Runde. So wie es ausschaut. Na mal gucken, vielleicht hat er auch irgendeine Grenzen. Alter eh. Hier ist einer, der ist zu dumm um die Schaufel zu benutzen. Da denkt sich, oh, ich schieße mich jetzt einfach durch die ganzen Blöcke durch. Da ruft der und schießt die ganzen Blöcke kaputt. Oh. Also. Guck da, musst du gucken unter dir. Da in dem Hoster drin. Da ist der und gräbt da einfach nicht mit seiner Waffe durch. Hattest du noch Spawnschutz? Kann sein. Ja. Ist aber so eine ähnliche Map wie Forest. Ja, die heißt Battle Camp, soweit ich weiß. Ja. So, vielleicht schon die letzte Aufnahme, BlockStorm, weil irgendwie, ich weiß nicht, das Spiel ist doch gar nicht mal so geil. Ja. Ja. Wie man hier sieht. So. Ups. Disconnected from server, lol. Lol, ich auch. Ja, GG. Okay, ich such noch mal irgendeinen. Ah. Hammer geil. So wie sich das gehört, Leute. Ja. Ah, disconnected from server, super. Ja, ich bin kurz rausgegangen, weil ich hab geguckt. Ja, noch eine halbe Stunde. Disconnected from server, gut. Capture the flag, probieren wir es mal aus. Ja, das hatte ich eben auch die Probleme, als ich mal so gestopft, da bin ich über das quickmatch vor reingekommen. Connecting. Ja, geht. Grab the enemy flag and take it to your base. Okay, dann nehmen wir uns mal die Flagge von denen. Ich komm mal mit. Ja. Wir machen jetzt zweier Team. Wir machen die jetzt einfach kaputt. Oh, da ist einer. Da ist der schon. Nimm den von dem. Ist mir egal. Einfach immer auf die Flagge drauf. Immer auf die Flagge drauf. Oh. Ich glaub der leckt ein bisschen hart. Hm. Ach du Scheiße. Oder, hä? Loll. Wieso kann ich denn die Flagge nicht aufnehmen? Weiß ich nicht. Vielleicht. Ne, du. Ja, ich weiß ich nicht. Kannst du mal schnell in der, kannst du mal schnell in der Konfi nachgucken, was interagieren ist? Ähm. Ich guck selbst. Äh, aber ich versteh's gar nicht. Ich glaub ich bisschen hart am lecken. Okay. Weil, es steht einfach so'n Typ. Kann den nicht töten. Ja, und ich kann die Flagge hier nicht aufnehmen. Vielleicht sind wir noch zu wenig. Aber ne, dann wird die Zeit ja nicht ablaufen. Das könnte sein, dass jetzt wenig sind, möglicherweise. Ja, aber das wäre dann dumm, wenn die Zeit ablauft. Okay. Ja, das Spiel ist ja auch dumm. Ich glaub, man kriegt auch gar keinen Fallschaden. Was soll man denn für ne Ping? Ah, ja, jetzt hab ich, jetzt hab ich sie. Blue Flagge. Wieso hab ich die jetzt aufgenommen? Jetzt ist einer rausgegangen. Hier, jetzt hat der die goldene Flagge. Die goldene Flagge. Er hat unsere Flagge. Ich mach den aber einfach kaputt. Ja. Hey lol, ich hatte den. Hä? Wo ist denn der? Ist er am lecken, oder was? Da ist er. Easy. Warte, ich nehm mal die Flagge auf. So. Leck den jetzt weg. Da hab ich sie wieder zurückgebracht. So. Wir machen den jetzt einfach Döner, ne? Ja. So, 1-0 für uns. Ich camp bei der Flagge. Ja. Ich hol den immer weg. Das ist gut. Ah, der ist rausgegangen. Okay, gut. Easy. Ja, geil. Mal gucken, ob das geht. Wenn das geht, dann ist das Spiel richtig behindert. Was denn? Es geht. Ich kann jetzt immer noch die Flagge von denen nehmen, obwohl die, obwohl gar keiner in deren Team ist. Oh, nice. Oh, man. Ich war jetzt in Graben. Irgendjemand hat mir geschrieben. Er will da wieder rein und es geht nicht. Da, 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 da. Ist ja so spannend hier. Wir spielen mal nebenbei ein bisschen Minecraft oder mal einfach mal so ein bisschen Windows in der Gegend rum. Ich habe wenigstens das Gefühl, Capture the Flag wird kaum gespielt. Kann sein. Weil, bis jetzt kamen noch keine Leute mehr rein. Ja, mega spannende Runde hier mit mega super geiler Action. Ja. Frisch, krass. Ich habe wie so einen schönen Graben gebaut. Ja. Aber ich komme jetzt selber nicht mehr raus. Das ist natürlich nicht so gut. Huiii, ich habe gleich mit keine Muni mehr. Flag after flag. Cool. Eine Errungenschaft gefarmt. Easy. Mhm. Oh man. Ist das bescheuert. Da stand auch keiner. Das war auf dem Server gehen der voll ist. Also, ne ganz voll aber. Ja, ein ganz, ganz voller Server ist halt auch nicht so gut. Huiii, 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 huiii. Kriege ich auch, auch einen Erfolg, wenn ich so viele Blöcke abgebaut habe. Das war lustig. Ich baue hier gerade rum. Keine Ahnung. Boah, Alter, das Aufnahmematerial kann ich doch nicht verwenden, ey. Ja, eigentlich. Das ist ja... Alter. Jetzt mal ganz ohnehin ehrlich. So, ich bin fertig mit Bauen. Mach ich noch hier schön die Löcher zu. Ah. Na los. Eigentlich müsste ich ja gar keine Flaggen mehr holen, weil wir gewinnen ja eh mit vier Punkten Vorsprung. Nein. Du hast den Blöcke genommen. Du hast den Blöcke genommen. Oh scheiße. Bist du fast gestorben? Nein. Ja gell, mit der Granate. Das wäre lustig. Oh shit, schon wieder. Oh. Oh. Ja, ich will die Laufel, die Schaufel ausrüsten, aber dann weil ich auch so Synchronaten habe. Oh cool, Munition, danke. Any Given Flag. Oh, ich habe noch ne Errungenschaft gefarmt. okay und macht Spaß ich mache die Läu Prozent und der Kapu das was aber freundlich durch so eine Flagge packen sich noch Wenn ich nächstes Mal sterbe, dann hole ich mir den Raketen nochmal, dann schieße ich alles kaputt. Nur weil es geht. So eine Flagge mache ich noch und nächste Runde spielen wir dann halt gegeneinander. Juhu, wow, geil. Ja! Ja! Minus 100 Punkte. Nice one. Ja. Oh man. Next time. At least. Ich gehe rot. Oh, was ist denn das jetzt? Weiß ich nicht. Ich habe den Deathfetch. Ich glaube für One vs One ist diese Mappen ticken. Zu groß. Zu groß. Zu groß. Oh. Okay. Mit ner Nate oder wat? Ja. Ich habe dich gehört. Ich habe dich gehört. Ich habe dich auch gehört. Ja. Dann habe ich dich gesehen. Oh man, die Maps viel zu riesig, ey. Okay. Wo bist denn du? Lauf hier so rum? Ja. Das weiß ich auch. Aber schieß mal. Na, da bist du. Da bin ich ja in die ganz falsche Richtung gelaufen. Hä? Habe ich dich getroffen? Habe ich dich getroffen? Aber ich habe es gehört. Ach komm, ganz ehrlich, ey. Ich hasse eins gegen eins, ey. Bin ich mal scheiße. Schieß mal. Hallo? Ja? Schieß mal. Wieso schießt du nicht? Was soll das? Alter, du mit deinen Ficknates, ne? Ja. Schieß du? Ich höre dich doch. Ich habe dich auch gehört. Wieso bist du da oben in dem Haus drin? Hm? Was soll das? Oh, scheiße. Ich weiß doch, dass du am Spawn bist. Äh, also so schlimm war das jetzt auch wieder nicht. Ah, ich habe dich gesehen. Ich habe dich gesehen. Echt? Ja. Oh, bist du oben am Fenster, sagst du? Nee. Oh, dann hast du mich falsch gesehen, denn da bin ich nicht, da wo du deine Nails hin wirst. Oh, ich habe dich da gesehen. Ach ja, ey. Okay. Wie viel Leben hast du noch? Bist du schon rot? Hälfte. Ja. Ja. Ja, schon rot. Okay. Na ne, die ist scheiße, so. Ich habe, ich spiele jetzt mal mit einer anderen Waffe. Äh. Puh. AK ist scheiße, auf so einer Nahkampf-Map. Zumindest eins gegen eins. Spiel ich jetzt MG? Nee, Spaß. Schieß mal. Hallo? Sieht direkt nach mir. Hm, hm, hm. Snipest du? Nein. Okay. Hat sich so angehört. Das war ja die Utze. Achso. Alter, wo bist du? Nee, das macht so keinen Spaß, ey. Ohne Spaß. Ja, ohne Spaß. Ohne Spaß. Wieso haben wir gleich mal einen anderen Server, ey? Das geht so nicht. Wo bist du? Schieß nochmal. Habe ich schon wieder gehört. Ja. Ja. Oh, jetzt kommen noch mal Leute. Endlich joinen mal Leute, ey. Ohne Spaß. Ja. 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 Alter. Dann hab ich die ordentlich gezwiebelt. Ja, ich hab nicht so richtig getroffen. Ja, ich hab nur eine MP5, ah. Ah, dann killst du die. Nee, doch nicht. Und wir müssen noch mal das, Vis 60, 70, 70, 70. Vielen Dank.